Guten Tag, mein Name ist Stefan Krüger und ich bin verantwortlich für die Regionen Österreich, Schweiz und Italien. Und heute möchte ich Ihnen gerne unser Outdoor Smart City Kiosk vorstellen. In diesem können Sie unser Xtreme 49 Zoll und 55 Zoll installieren, wo Sie dann natürlich gleich auch die IP68 Zertifizierung haben. Sie können aber auch Samsung OH46F und OH55F installieren mit der dementsprechenden IP des Samsung Gerätes. In unserem Smart City Kiosk haben wir natürlich auch ein Component, das findet sich unten. Dieses Component ist IP56 zertifiziert, das heißt, dieses können Sie benutzen, um zum Beispiel Ihre Komponenten zu installieren, wie einen Media Player, einen Switch, eine Wi-Fi Vorrichtung, all dieses können Sie dort gut lagern und das bei IP56 geratet. Vielen Dank!